So, hallo und alle zur nächsten Folge des Megaprojektes wieder zusammen mit dem Skate. Hallöchen! Gut, wir waren stehen geblieben. Jeder bei seinem eigenen Sachen. Ich will noch ein bisschen Haus weiter bauen. Und meine Turtle hat gut gearbeitet, sehe ich hier gerade. Was nochmal? Meine Turtle hat gut gearbeitet, sehe ich hier gerade. Okay, jo. Nicht ganz perfekt, aber ganz okay. So, ich mache ein paar Stonebrick Stairs, die wir gleich benutzen werden für hier draußen. Und dann sollte es einigermaßen gut aussehen. Ich habe hier so einen Terrassen-Unterstand, Überstand, keine Ahnung wie ich das nennen soll, mit lauter Stützen vor meinem Haus hier so stehen. So, in regelmäßigen Abständen kommen hier auch die Pfosten hin. Hör, Pfosten gesagt. Hör, Pfosten, Pfosten. Gibt es eigentlich irgendwas in Dinger, in Feed the Beast, was einen automatisch füttert, wenn man Hunger hat? Jetzt gibt es den Helm. Echt? Quantum-Helm. Aber der füttert nicht alles, sondern der füttert, glaube ich, dich nur, wenn du dieses spezielles Essenszeug da drin hast von dem Mod. Ganz im Ernst, man kann sich echt füttern lassen, das war jetzt nicht ernst gemeint. Doch, kann man. Du musst, sobald du Hunger kriegst, wird automatisch aus einem Ventan-Item rausgenommen und das ... Ach du Scheiße. Das geht, klar. Irgendwie Feed me und so. Was weiß ich. Sollen wir schnell schlafen gehen? Könnten wir. Ich habe einen Angry Zombie auf dem Dach, sehe ich gerade. Oh! Party! Party! Los! Komm, komm, komm! Ich schlock dich weg. Um deine eigenen Worte zu benutzen. Ah, wie süß! Ach so, schade. Ich wollte ihn vom Dach springen lassen, aber der ist leider nicht so suizidgefährdet, wie ich gedacht habe. Ja, durch. Es heißt, ich gehe noch mal mit dem Zauberstab, grill den da runter und dann ist er weg. Das ist noch kein Laserschwert, also wirklich. Nö, hab ich nicht gemacht bis jetzt. Aber ich begebe mich auch gerade mal ins Bettchen. Zack, liege ich, jetzt liege ich drin. Okay, ich liege auch schon länger. Dann, ja. Schlafen. Ah, jetzt. Dam, 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 dam. So, dann. Ja, haben wir das Dach mal ein bisschen weiter gemacht hier. Mal gucken, wie ich das ganze Rest vom Gebäude noch fertig kriege. Ich hab schon wegen Stone Bricks überlegt. Äh, Quatsch, ähm, Marble Bricks. Aber naja, die ist nicht so einfach zu bekommen. Wieso? Also, Marble ist ja jetzt nicht gerade das Material, das... Du weißt, wir haben schon nicht mehr farben, wa? Okay. Folgen ewig nicht mehr, weil ich alles so machen konnte. Jetzt ist es sauschwer, zusammenzufarmen. Oh Gott. Also, der Marble Steinbruch hier in der Nähe, der gehört mir. Marble Steinbruch darfst du dir erzählen. Ich bin... Ich hab mal Dinger. Ich hab mal hochgerechnet, wie viel Marble mein Turm braucht. Und er braucht? Ne volle Double Chest. Mit Stacks. Ach Gott, hier... Darfst du ein Weilchen machen. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen länger dran, ja. Ja, da wird mal so eine 3-Stunden-Livestream-Folge oder sowas, wo ich Fragen nebenher beantworte und nachher Marble Farmen gehe. Livestream muss ich auch mal wieder machen, ist mir eingefallen. Aber ich glaube, ich mach das erst mal mit League of Legends Megaprojekt Livestream. Da kann ich mir leider nicht leisten, weil ich sonst immer zu viel hochlade. Und ich möchte auch nicht, dass die Folgen, die ich so, ja, ich weiß nicht, dann im Livestream zeige, dass es einfach nicht gesehen wird, weil das meistens schon immer relativ viel ist, was ich in Megaprojekt-Folgen mache. Also auch, sag mal, inhaltsmäßig kompakt zusammendrücken, jedenfalls so wie es geht. Okay, jetzt bin ich ja am Bauen, das ist vielleicht nicht so spannend dann meistens. Aber dann geht halt so viel Inhalt verloren, beziehungsweise den sieht man dann gar nicht. Die meisten Leute sehen auch nicht den Livestream dann. Deine Probleme möchte ich haben, ey. Ich bin soweit, dass ich eigentlich... Ich könnte locker mehr hochladen, aber ich habe halt so viele andere Sachen, die ich noch machen will auf meinem Kanal und irgendwie das passt dann nie so ganz gut zueinander. Ja, das ist natürlich, ja, verständlich, verständlich. Ich weiß nicht, mach lieber meinen League of Legends Livestream demnächst oder so. Was, du spielst League of Legends? League of Legends, voll cool. Ja, Zufall, ich habe auch noch einen anderen Kanal. Ich habe auch zwei andere Kanäle, das weiß nur keine Sau. D-Abo, ey, Alter. Echt, Mann? Ich gehe zu Broken Thumbs. Ich habe noch so einen Gaming-Kanal für andere Spiele, sei es jetzt Borderlands 2, Skyrim und MV3. Da habe ich noch ein paar Commentaries und so Zeug. LOL unter anderem und Portal 2. Da ist aber eigentlich ein bisschen Portal aus. So, wir haben ein Portal-Gun hier in Minecraft. Und das weiß ja irgendwie nur keiner. Jetzt kommt alles ans Licht. Ja, genau. Das sind meine Geheimnisse. Dann zweites ich. Und da kann ich auch League of Legends spielen. Da kann ich einen Stream zu machen. Da wird aber dann wahrscheinlich nur da angekündigt werden und nicht hier. Weil Hauptkanal ist ja nur Minecraft. Und ich will das nicht vermixen, wisst ihr? Ich trenne das lieber. Ihr schaut ja den Kanal hier, weil ihr das sehen wollt, weshalb ihr mich abonniert habt. Und wenn ich dann auf einmal anfange LOL hochzuladen, dann ist natürlich schlecht. Jetzt habe ich das getrennt. Und bei mir ist es gerade andersrum. Sagst du jetzt? Ich habe irgendwie... Nein, ich habe irgendwie... Das ist... Ich mache eigentlich gar kein Minecraft. Also so. Ich mache das eigentlich nur so nebenher. Aber ich mache momentan irgendwie nur Minecraft. Also das ist irgendwie... Ich habe nie angefangen zu let's playen und wollte Minecraft machen. Ich wollte eigentlich alle möglichen Spiele machen. Auch Shooter und so ein Kram. Aber momentan mache ich nur Minecraft, weil es mir so abgefahren Spaß macht. Da siehst du mal. Das, was gerade bockt, das macht man halt. Ja. Aber gedacht war es nie. Ich komme halt im Moment nicht so viele Videos auf dem anderen Kanal, weil das ist so ein bisschen... Naja. Wie gesagt, Minecraft ist gerade Thema Nummer eins. Kannst nicht alles auf einmal machen. Schon seit drei Jahren so ungefähr. Ich muss ein bisschen auch mal anfangen zu lernen. Für meine Semestertrüfung und so. Ja. Muss man jetzt halt bekommen. Auch nicht so easy. Ich hoffe mal, dass YouTube nicht allzu arg drunter leidet. Ich würde es eher sagen, das Studium leidet unter YouTube. Ja, das könnte man auch so sagen. Aber das macht nichts. Das reiße ich meistens immer mit der linken Arschbacke weg. Das ist kein Problem. Weil ich weiß noch, wie letztes Mal vor den Prüfungen, Semesterprüfungen, ich habe einfach am Tag vorher angefangen zu lernen. Zum Beispiel BWL-Klausur. Ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Bis zum Tag vor der Prüfung habe ich abends angefangen, nachts durchgemacht, gelernt und dann gut geschrieben. Boah. Ich hoffe, dass bei manchen Klausuren die zwei Monate reichen. So weit geht es schon. Hm. Der Eingang ist äußerst suboptimal. Ich werde ihn, glaube ich, nochmal verlegen hier. Ne, so zeitweise ist das wirklich extrem. Wie viel. Das ist... Ja, scheiße war es, ne. Achso, von den Klausuren das Zeug, was jetzt kommt. Ja, ja. Vor allem. Also mein Sommer ist gelaufen, wirklich. Ich habe meinen Plan hier. Pass. Ich mache diesen Sommer nichts mehr anderes, außer Lernen und Videos. Achso, okay. Ja, ich schon. Ich zocke meistens so ein bisschen und dann gehe ich mal da. Dann... Also ich brauche nicht viel lernen. Keine Ahnung, wieso. Und da stresst arbeite ich extremst effizient. Aber sowas nicht effizient, das glaubt er gar nicht. Ich habe für Elektrotechnik und Nachrichtentechnik, das ist ein Fach, was eher viel mit Rechen zu tun hat. Was schon ein bisschen anstrengend ist. Weiß nicht, ob du sowas ähnliches hattest. Nö. Also im Prinzip Physik. So nochmal, Physik komplett als durch. Schwingkreisen, sowas. Kondensatoren und bla und bla und bla. Nö, das weiß ich nur alles noch aus dem Abi. Aber sowas wirklich. Jedenfalls, das haben wir nochmal extra Fach gehabt. Und ich habe einfach am Abend vorher angefangen zu lernen und 1,7 geschrieben. Reicht doch. Boah, habt ihr alles Problem? Kein Ding. Wird eiskalt sich hingesetzt, durchgezogen. Brauchst ein Tag für einfach. Fertig. Der Rest wird gechillt. Schön wär's, ey. Schreib mir meine Klausuren. Ich weiß nicht. Ja, schon. Aber es kommt vielleicht halt ein bisschen drauf an, wie man selbst dann lernt. Wie gesagt, ich kann halt alles kurzzeitgedächtnismäßig auch sehr schnell im Kopf behalten. Auch langfristig. Ich könnte das jetzt immer noch erzählen. Okay, das BWL vielleicht nicht mehr, weil es ein bisschen interessant war. Aber egal. Egal. Eiskalt durchgeprügelt, gut geschrieben. Fertig. Das ist schon krass. So habe ich früher auf die ganzen Arbeiter in der Schule gelernt. Habe ich mir nie mehr Mühe gegeben als so. Für was denn auch? Ja, für was denn auch? Soll ich mir gerade mal ein Blöcke abmessen? Gefällt mir noch nicht so ganz hier. Gefällt mir noch nicht so ganz von den Abmaßen. Abmaßen. Was ist das denn für ein Wort? Abmaßen? Vielleicht Abmessung oder? Heißt das echt Abmaß? Nein. Ich weiß nicht. Heißt das Abmaßen? Ich glaube... Abma... Abmessung. Entweder von Maßen oder von der Abmessung. Kann man das so sagen? Die Abmaße stimmen nicht ganz. Ne. Garantiert nicht. Doch. Die Abmaße stimmen nicht ganz. Die Maße stimmen nicht ganz. Ich sag mal Abmaße. Echt jetzt? Was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das falsch ist. Aber ich bin jetzt auch kein Deutschstudent. Jetzt gibt es einen Kommentarkrieg. Ja, ich glaube es auch. Er erzählt mal. Geht das Abmaßen? Also wenn ich sag so, die Abmaße stimmen nicht ganz. Ist das ein korreter Satz? Ah, die Abmaße. Jetzt. Der... Ich weiß nicht. Echt? Ist das richtig? Abmaße. Keine Ahnung. Gerade kam es mir wieder bekannt vor, dieser Begriff. Und dieses Abmaße. Dann hört es sich wieder falsch an. Ja, ja. Ja, was denn jetzt? Also was auf jeden Fall geht, die Maße stimmen nicht. Ja, das schon. Aber du rechnest sowieso ein Mausbier. Gut. Also da stimmt der Alkoholpegel deines Grundstücks nicht. Ja, aber die Abmaße, doch das geht. Doch, ich glaube auch. So langsam glaube ich auch, dass Abmaße geht. Ey, komm. Keine Ahnung, ich studiere kein Deutsch. Echt krass. Ja, genau. Jetzt fängt der Fight an. Ja. So Bitch Fight. Könnt ihr ja mal die Deutschstudenten fragen. Wie ist denn das? Genau, ist jemand Deutschstudent zufällig? Soll es ja geben. Soll es ja geben sowas. Hört zwar verboten, aber soll es geben. Tut mir leid. Ja, tut mir leid. Also ich könnte mir absolut nicht vorstellen, sowas wie Deutsch zu studieren, ganz ehrlich. Ich würde okay. Ich auch nicht. Ich mach lieber was Handfestes. Stinklangweilig. Tut mir leid, ich konnte mit Deutsch nie was anfangen. Ich hab gerade so... Nee, ich hab negativ geschrieben im Abi. Echt jetzt? Okay. Nee, das Deutsch habe ich tatsächlich verstanden. Die wollten einen Text von Brecht oder so. Ich mein, da musste ich sowieso schon brechen erstmal. Aber dann... Ich weiß nicht, irgendwie... Die Literaturen habe ich auch nicht alle gelesen. Ich hab kein einziges Buch gelesen im Abi. Ja, man kann sich ja kreativ weigern. Ja, ja. Also ich hab von Anfang an gewusst, wenn du jetzt anfängst, die Bücher zu lesen, musst du sie auch noch können. Da geht viel zu viel Zeit drauf. Mach doch einfach Gedichtinterpretation. Ja, das ist klar. Oder Analyse. Das war ganz gut. Das Problem ist halt nur, bei uns konnten wir nicht wählen. Bei uns gab es halt drei Liter... Also wir konnten schon wählen zwischen drei Vorstellungen. Aber das waren irgendwie so literarische Vorstellungen. Das heißt entweder Wojtek oder Effi Priest oder sowas. Oder irgendwas anderes oder... Ich weiß nicht mehr genau. Wojtek ist ganz cool. Ja, naja, naja. Wie gesagt, ich hab's nicht gelesen. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich hab den Film gesehen. Ah, das glaube ich auch. Aber da habe ich irgendwie auch nicht zugehört. Weil der war langweilig. Fand ich. Aber die Story war, glaube ich, ganz okay. Ach, keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht. Ich hab nicht drauf geachtet irgendwie. Ich hab so gedacht... Das war so eine Vorurteilseinstellung, wo ich gleich schon gegangen bin. Nee. Na, Schulliteratur. Das habe ich aber auch gedacht, bis wir einmal ein cooles Buch gelesen haben in der Schule. Das habe ich dann auch wirklich gelesen. Nee, nicht mehr. Das habe ich bis zum Ende durchgelehnt. Ah, ich bin so ein schlechtes Vorbild für alle Schüler. Und ich soll den Bildungskanal haben. Tja, siehste mal. Da fing es doch schon an. Leute, lest Literatur in der Schule. Sie ist wichtig, bildend. Und ihr werdet euer ganzes Leben was davon haben. Leute, ich bin ja schon etwas weiter in meinem Leben, weil ich das schon alles hatte in der Schule und würde jetzt im Nachhinein sagen... Nee. Forget this shit. Ja, ja. Wie ganz, ganz, ganz viel in der Schule. Aber man muss es trotzdem können, blöderweise. Oder halt dieses Meme kommt jetzt mit dem No. Nope. Und was ist ein LeFloid? Eigentlich müssten wir mal so ein LeFloid zeichnen. Mit Dinger mit diesem No-Face. Aber statt No, Nope. Das wird richtig geil gekommen. Ich weiß nicht, verfolgst du ihn? Also, LeFloid? Ja. Ja, klar, schaue ich rein. Dann weißt du ja, das ist ein Nope. Ja. Es kommt ab und zu mal. Da gibt es ein bisschen viele Headshots manchmal. Stimmt sowas. So viel Gewalt. So, ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Ich habe gleich mein komplettes Grundstück mit Erde unterlagert. Das sieht so abgefahren aus. Ich bin gerade bei meinem Balkon dabei. Ich überlege nur gerade, wie groß der werden soll. Oder wie klein. Jetzt nur 3000 Kilometer großes Ding. Was alles drauf soll. Ich habe mir so gedacht, vielleicht mit Stützen so ein klein wenig. Puh. Puh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weißt du, was ich jetzt mache? Das heißt, ich glaube, das mache ich erst den nächsten Part. Dann werde ich nämlich ganz, ganz böse. Keine Ahnung, was du tust. Du kannst alles Mögliche tun, was du möchtest. Wie das mit Schlafen gehen? Ach, immer dieses Schlafen gehen. Nur die Harten hier, die bleiben wach. Keine Ahnung, wieso. Ich ignoriere mittlerweile die Nacht, weil ich nicht mehr auf die Energie angewiesen bin, die von Solarenergie her rührt. Aber ich bin gerade trotzdem mal jetzt im Bett drin. Deine Dinge natürlich. Ich finde es einfach hässlich, nachts zu arbeiten. Das ist so dunkel. Das ist meist ja auch hässlich wie die Nacht. Ach, daher kommt das. War schön. Wieder was gelernt. Ja. So. Ich liege schon drin, gell? Ja, ich jetzt auch. Gut. Ich habe auch böse Angst vor bösen Zombies. Zähle gerade Schäfchen. Du meinst wohl eher die Wolle, die gerade von deinen Strings produziert wird, oder? Äh, ne. Ah, theoretisch Koppelsohn könnte ich machen. Weil neben meinem Bett liegt ja, ähm, steht da dieser Ofen, der automatisch die Koppelsohn rauspupst oder die Steine rauspupst. Jetzt Koppelsohn. Ein Koppelsohn, zwei Koppelsohn, drei Koppelsohn. Das ist sicher gut zum Einschlafen. Klar. Muss man mal vorstellen. Da penst du alle zwei Sekunden viel gegen den Stein in die Fresse. Ja, das mache ich immer so zum Einschlafen. Ja, genau. Die Backstein-Methode, ne? Weißt du, schlecht für die Zehn, aber gut zum Einschlafen. Ja, ja. Das mache ich so ziemlich bei allem. Also auch wenn ich was nicht verstehe. Ach so, okay. Das ist ein bisschen unnormal, aber es soll vorkommen. Also ich muss sagen, mein Grundstück hier, das ist einfach nur scheiße. Ähm, aber ich weiß nicht. Es gibt doch so einen Grundstückskrieg zwischen Deno und Ceronic. Jeder beschimpft doch den anderen, dass sein Grundstück so hässlich ist irgendwie. Echt? Ja. Also bei Ceronic kann ich es ein bisschen verstehen, um ganz ehrlich zu sein. Weil sein Grundstück ist irgendwie voller Technik. Aber ansonsten halt. Tja. 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 Ich bin jetzt gerade nur überlegen hier. Ich glaube, ich muss meine Plantagen abbauen. Deine, deine schönen gedingsten Zauberkrafts. Meine schönen Plantagen mit Zuckerrohr und allem möglichen. Mein Gott. Das dürften die meisten nicht verkraften. Tja. 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 hatte ich mir auch so gedacht. Die letzte Zeit habe ich auch viel alleine. Ja, ja, das will ich so vermeiden. Das ist nicht so ganz cool, wenn man immer nur die Parts allein macht. Ja, genau. Problem ist immer, damit ich gedreht habe, weil keiner online Zeit hatte. So, gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt doch einen kleinen Cut, bevor der Folge wieder zu lang geht. Ja, und ich gucke mal, ob mein PC sich wieder beim Cutten aufhängt. Dann tschüss. Tschüss.